Willkommen zu MarioCast! Einem neuen Projekt von mir, Leute! Ähm... Slack! Ich spiele eine auf... WTF? 115 natürlich, sonst ist es noch langweilig. Mein neues Projekt also, jetzt erstmal so... Muss mal gucken, was ich dann sonst noch halb peen könnte. Wir fangen an mit dem Mushroom Cup, dann den Flower, dann den Star und dann den Special Cup. Wie gesagt, auf 150. CC. Wir fangen mal an auf Luigi's Raceway... Ah, Luigi ist ja vor uns, egal. So... Okay. So war die Steuerung schon mal nicht. Gut. Zumarsch... 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 Schonmal ziemlich verkackt. Okay, lenken ist klar. Okay, ich glaub Bremsen hab ich jetzt auch rausgefunden. Ich bin noch 8er. Ich hab ja gar keins Gerät. Okay. Okay, Items. Wo waren die jetzt? Okay, ich hab Item-Taste gefunden. So, so schnell sind wir. Vierter. Oder ist es 3 und 2? Oh, das war ne Trickkiste oder wie man sie auch nennen will. Falscher Block. Keine Ahnung. Puh, Bowser. 150 CC. Schon klar. Fährt mit Absicht voll und ran, um in die Kisse rein zu ran. Na gut. Gut, ich sehe die haben Ban... Ach, Pilz. Okay. Na, das ist ja perfekt. Und zack. Wo? Ey! So, gut. Das hätten wir. So, Toad ist ausgestattet. Nur Vario ist noch hier. jetzt. Sollte aber kein Problem werden, denke ich mal. Ich brauche aber jetzt einen Panzer, so wie den hier. Und dann müsste ich das jetzt gut nach Hause schaukeln. Yes, erster! Wer sagt's denn? Puh. Geh chillt. Sehr gechillt noch. Wir sind natürlich erster jetzt nach diesem Platz 1. Auch in der Gesamtliste. Okay, nach einem Reihen kann man noch nicht viel sagen. Wir sind jetzt auf der Mumu Farm. Zweite Rennstrecke. Es gibt ja einmal vier. Für die, die es nicht wissen, aber es wissen, glaube ich, alle. Vor allem, wer eben dann genau hingeguckt hat, als ich gesagt habe, ich werde den und den Cup machen. Und da stand ja auch immer nur vier Sachen. So. Oh, hier kamen die Maulwürfe raus. Okay, ich hab mal Ete. Aber wieder sind es Wario und Toad. Die werden mir wohl in diesem Cup Probleme zubereiten. Oh, Banner. Ach, so ein Arsch. Aber den holen wir uns. Gut, dann halt Toad, wenn er uns gerade Toad hat, wenn er uns gerade überholt. ein gerade rüber und Oh, 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 oh. Und jetzt noch nach hinten. Nach hinten. Okay, nach vorne halt. Jetzt hat er mir auch eine Banane auf mich gespissen, dieser. Der kriegt's jetzt mit dem Panzer zu tun. Nee, jetzt ist er weg. Egal. Ich bin so schlecht. Oh, schön durch die ganzen Maulwürfe. Ist klar. Vierter, ey. Nicht mehr lange. So schnell sind wir zwei da und da vorne ist Toad. Oder Toad. Da vorne war Toad. Ey, die sollte nach hinten gehen. Na, egal. Warte, ich lass mich überholen. Und tschüss. So. Kacke. Immerhin Zweiter. Das war gerade dumm, ey. Ich hatte den... Musste Erster werden, aber bin dann gegen Pfeiler gefahren. Egal. Passt schon. Wie viel bin ich jetzt insgesamt? Ja, jetzt bin ich Zweiter. Aber Variot auch. So, wie... Nee, ja, doch. Wir beide haben 15 und beide sind der erste. Yashi und Farrio. Coopatrupa Beach. Äh. Achso, los. Äh. Gepent, ey. Längst und dreht, längst und dreht. Und was kriegen wir? Oh. Perfekt. Tja, Rampe verpasst. Doch. Kack, Krebse. Oh, nein. Jetzt. Den Bruder. Den Bruder, ne, ja. Pff, was labber ich hier, ey. Labber. Labber ich hier. Riesenrampe des Turmes, die einen verarschen will. Glaube ich. Ich bin voll schlecht gerade. Das hat natürlich noch keiner gemerkt. Nein. Wie komme ich nur drauf? Mach schon. Und, tschüss. So, lass mal sehen. Okay, Rampe. Rampe. Egal, Kack drauf. Zack, zack. Äh. Schnell wieder zurück. Piepstoff-Kollege. Zweiter. Toad. Das Erste. Oh. Jetzt hoffe ich mal, mich hier absetzen zu können von denen. Was war denn das jetzt? Och, Trickkiss oder ne, Quatsch? Oh, Banane. Och, ich bin nichts schlecht. Wenigstens Dritte, ey. Ah, Vario ist auch nicht so gut gerade. Oh, ey. Alle nochmal abschießen, aber ich wäre drauf, zehn Uhr vierter. Billig. Millmaß, ne? Egal. Passt schon. Insgesamt Sind wir immer noch Erster. Zu meiner Verwunderung. Und jetzt kommt der Kalimari-Dessert. Gut, gut. So, langsam anrollen gibt's nicht. Voll gersch. Voll gorsch. Okay. Die Strecke ist ein bisschen schwer zu erkennen. Also halt... Oh, ja. Ha. Pfff. Wir gehen auch mal gleich die Bremse. Och. Ja, okay. Ich hab die Bremse gefunden. Aber jetzt haben sie erst mal Vollgas. Und die Leute aufhören. Na. Das ist sehr schön. Den macht jetzt jetzt... Och, wie kann man nur... Pfff. Okay. Was hier, Jippie, ey. Okay, vierter. Naja, ne? Fünfter. Muss mehr gehen. Bei Toad, der ist grad ziemlich gut drauf, scheinbar. Jetzt gehen wir nicht so ein Billig-Item. So, tschüss, Donkey Kong. Und letzte Runde, wir sind nur vierter. Wo war'n wir ihn hier noch ein? Wo war'n wir ihn hier noch ein? Ey. Wieder nur vierter, oder was? Obwohl... Gib Stoff, gib Stoff! Dann kann sie noch dritter werden! Hm. Och. Bin gespannt, auf welchem Treppchen wir jetzt landen. Wenn wir das auch richtig... Ah, die beiden guten... Es wird eng. Und wir müssen uns mit dem dritten Platz zufrieden geben. Besser als nichts hin. Immer sind wir auf dem Treppchen. Anfangs war's eigentlich noch sehr gut, aber am Ende... Naja. Ja. Na komm. War'n ja, was denn? Äh, was denn? Na gut. Jetzt können wir ja Fisch und Spuck den Pokal aus. Ja, manchmal nicht so ein Dreimal aus. Ich kann es auch nirgendwo überspringen, ne? Dritter! Ich würde sagen, beim nächsten Mal kommt der nächste Karte. Bis dann und ciao!